Wir werden über unsere Wert und unsere plural aufgeklärte Demokratie diskutieren müssen, die verteidigen müssen, was Bündnisse erforderlich macht, an die wir vielleicht heute noch gar nicht denken, und die eine Sprache erforderlich macht, die ein Kunststück vollbringen muss. Wir müssen in möglichst einfachen, klaren Kopfzubotschaften reden und trotzdem nicht verschweigen, dass das Botschaften über komplexe Sachverhalte sind. Ich gebe mir da seit Jahren Mühe, das wird ja aufgezeichnet, und da habe ich ja das ja öffentlich auch schon mal gesagt, da gebe ich Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe im Deutschen Bundestag auf eine Rede dieses Fraktionsvorsitzenden Gauland reagiert, mit folgenden zwei Sätzen. Die Reduzierung komplexer politischer Sachverhalte auf ein Thema in der Regel gerichtet liegen, in einem Minderheit im Lande, ist ein tradiertes Mittel des Faschismus. Dosen dabei von dem Haus. Danach habe ich gesagt, und die Suppe von Vogelschiss, Herr Gauland, ist ein Mist drauf. Auf den gehören Sie. Was ich erlebt habe, ist folgendes. In Berlin, spielender Applaus für den ersten Satz und Kritik für den zweiten. Im Lande haben die meisten Leute den ersten Satz gar nicht verstanden oder gehört, aber ich sage, mit dem Polsch ist er nicht richtig. Was ich Ihnen damit sagen will, ich wiederhole noch mal den ersten Satz. Die Reduzierung komplexer politischer Sachverhalte auf ein Thema, in der Regel gerichtet gegen eine Minderheit im Lande, ist ein tradiertes Mittel des Faschismus. Wenn ich da die Dosen bei einem Fußballkugler zählte, die sagt, Herr Baschurz, was ist denn jetzt? Was darf ich denn? Wenn ich denen aber sage, das ist ein Mist drauf, ein politischer Mist drauf, dann hören die hin, sagen die, wir hätten mal eine Klartext drehen. Wir müssen, verdammt nochmal, lernen, dass die breite Masse des Volkes nach einem acht bis zehn Stunden Arbeitstag am Abend müde vor der Glotze sitzt und ich auch noch Zeit habe, komplexe Sachverhalte zu analysieren. Nichtsdestotrotz dürfen wir die nicht aufgeben, sondern müssen sie erreichen mit einer Anmutung, die die Demokratie verteidigt, aber die Sprache dieser Leute spricht. Wenn uns das nicht gelingt, dann werden uns diese Trumps dieser Erde, die Stratas und die Jaulats immer überlegen bleiben, weil sie haben gerade gesagt, die zielen nur auf dem Raum. Wir dürfen uns nicht darauf beschränken, immer nur auf den Kopf zu zielen, immer nur auf die Ration zu zielen. Zur Politik gehören auch, zur liberalen Politik gehört manchmal auch der Mut, zur Emotion. Um mal zu sagen, ich habe sich die Schnauze voll verloren gemächt hier. Es geht jetzt auch mal darum, dass wir unsere Demokratie notfalls mit starken Worten verteidigen, sich immer nur darauf zu reduzieren, in fein und wohl gesetzten bürgerlichen Worten zu argumentieren. Ich sage doch nochmal, die Zeiten sind vorbei. Wir sind herausgefordert wie die zuvor, und Sie kennen mich ja, ich scheue mich da noch nicht schon mal ab, bitte auf aus dem Ticht zu haben. Applaus Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.